Okay, da hinten kommt so ein Flattermann. Beziehungsweise da ist so ein Flattermann. Ich hoffe, ich habe ihn erledigt, weil die können ja ganz viele hier verwandeln und so mehr Leichen hier rumliegen, so mehr Probleme werden wir haben. So. So, Junge, mach dich da vorne hier. Das war einer dieser hässlichen Mönche. Und nichts bledern wir auch nochmal auf, hast aber leider nichts mehr für uns dabei. Und was haben wir hier? Impulsprojektile. Denke ich mal, dass das Projektile heißt. Das hört sich doch. War das gerade hier oben? Nochmal. Wo bist du? Wo ist diese Bestie? Scheiße. Okay, da ist noch einer da drin. Nein, da ist noch einer. Einer von denen, die verwandeln. Und da ist auch sein Opfer. Sollen wir hier liegen? Er wollte uns aber eins nehmen. Scheiße, der hat den noch verwandelt bekommen. Oha. Ich hoffe, das war's jetzt erstmal. 600 Credits. Strahlenmunition nehmen wir auch gerne mit. Plasma, Muni. Für die Plasma-Energie können wir natürlich sehr gut gebrauchen. Ich bin jetzt schon mal froh, dass wir diesen Angriff gerade hier überstanden haben, problemlos. Zumindest recht problemlos. Hier noch Impulsprojektile. Die sind also für diese Knarre gut hier. So eine Art MG der Zukunft stays back. Da können wir gar nichts aufheben, offensichtlich. Ah, das ist hier nur für Chinese gedacht. Wahrscheinlich soll das kleiner Hinweis. Damit könnt ihr sie festsetzen. Machen wir mal hier eine Leiter hin. Zack. Ah, ja, ja. Ja, damit müsste ich eigentlich mal ein bisschen mehr arbeiten. Aber ich vergesse es immer in der Euphorie des Gefechts. Und dann zücke ich meine Knarre und heize diesen Burschen ein. Oh, ein Ruckler. Erstmalig hier im Spiel. Interessant. Interessant. Äußerst interessant. Ah, und das ist diese Kuppel, von der die in diesem Audiolog berichtet haben. Es ist doch immer wieder schön, in einer Kirche zu sein. Es scheint sowas wie der Kölner Dom zu sein hier in der Zukunft. Auf dem Saturnmond. Auf der Titanstation. Die wahrscheinlich Titanstation genannt wurde, weil hier viel Titan gefunden wurde. Indoktrination. Willkommen zur Indoktrination. Ein Kirchenseminar wird derzeit durchgeführt. Bitte warten Sie auf den nächsten verfügbaren Kirchenangehörigen. Die Indoktrination ist ein erfreuliches, fröhliches Ereignis, bei dem Sie die ersten Schritte zur glorreichen Einheit der Unitology machen. Ein erfreuliches Ereignis soll da stattfinden. Da bin ich aber mal äußerst gespannt, ob das wirklich so erfreulich ist. Ich glaube, wir nehmen sogar echt mal die Knarre hier. Haben Sie je das Gefühl gehabt, Teil von etwas Größerem zu sein? Dann ist Unitology vielleicht das Richtige für Sie. Unitology wurde vor 200 Jahren von unserem Erlöser Michael Altman gegründet. Und wir glauben daran, dass die Menschheit eines Tages durch die Macht eines heiligen Artefakts namens Barker vereint wird. Oh ja, die Konvergenz ist nah. Oh, was haben wir denn hier alles? Plasma-Energie. Ah, Future Expansion. Oh, auch ein schönes Kunstwerk hier. Ein Mann mit einem Jungen. Der Weg in die Zukunft. Und hier können wir an der Stasestation unsere Stase wieder aufladen. Machen wir jetzt aber mal nicht. Und da vorne können wir denn da durchgehen? Das ist geöffnet. Okay. Dann suchen Sie nicht weiter danach. Wollen wir jetzt? Wir können in diesem Land. Hm. Autsch. Ein Textlog. Mal wieder ein neuer Textlog. Indoktrination. Testphase 1. Ergebnisse für Casey Mellheim. Ich scroll da jetzt mal drüber und wer sich das durchlesen will, weil das halte ich jetzt mal nicht für so wichtig, der kann dann ja Pause machen. So, ich glaube, das dürfte reichen. Damit ihr euch das durchlesen könnt, wenn es euch denn interessiert, das scheint ein Indoktrinationsbericht gewesen zu sein, wie das funktioniert hat mit einem... Naja. Das ist jetzt nicht so wichtig, denke ich mal. Grip Needed? Da war doch irgendwas. Ja, genau. Ich erinnere mich da. Ersetzen Sie im Verteilerkasten die Sicherung für den Tür zum Observationszentrum. Vandalismus ist in der Kirche nicht gestattet. Haben wir auf jeden Fall so ein neues Grip-Modul, wo wir das jetzt auch immer einsetzen sollen. Ist leicht fraglich. Äh. Keine Ahnung. Ach, da gibt's gar nicht so viele, die offen sind, offensichtlich. Ich glaube, das sieht eigentlich alles gleich aus. Können wir wohl überall reinstecken. Ich glaube, das hier mal kurz fallen lassen. Machen wir das hier auf und dann gucken wir, was passiert. Ah, und jetzt verstehe ich. Jetzt müssen wir hier und da. Und hier unten auch. Und jetzt geht's. Jetzt diese Tür auf. Und wie kommen wir da durch? Natürlich mit Starzah. Und deswegen steht auch diese Starzah-Station. Falls wir nicht mehr genug Starzah haben. Und da kommen wir auf den SS-Tiger. Weil wir jetzt hier im Fall. Mann. Oh, scheiße. Mann. Da wären wir beinahe abgesaugt worden hier von diesen. Mit diesen Bestien. Die ich dann rausgesaugt habe. Das hat aber gut viel Munition gekostet, will ich mal behaupten. Einmal 50 Schuss haben wir. Wie viel Plasma-Energie. Ja, wir haben jetzt viel, viel Immunie für diese Strahlenkanone. Vielleicht nehmen wir die auch mal dann zur Abwechslung jetzt mal. Können wir auf jeden Fall einigen. Die Füße wird wegsenden. Von hier machen wir jetzt mal Starzah. Wir werden jetzt mal Starzah aufladen. Jetzt einmal hier. Ach ja, super. Am besten, wenn es geschlossen ist. Das ist immer besonders effizient. Ja. Na, das muss man natürlich aktivieren, wenn die Tür gerade... Ja, dann laden wir es lieber nochmal auf gerade. So, damit wir auch nachher nochmal Starzah haben. Ach, ich bin doch ein Hammel! Geht wieder auf die Tür. Ach, meine Fresse. Jetzt geht sie gar nicht mehr auf die Tür. So, jetzt aber endlich. Oha, also die alte Freundin von Isaac, beziehungsweise ihre Erscheinung durch den Marker, ist nicht gerade sehr erfreulich und nicht gerade sehr, äh... Ja, freundlich. Eine Speicherstation, die können wir immer gut gebrauchen. Wir gucken jetzt aber hier erstmal noch weiter. Ein Decker. Oha, das sieht mir doch nach einem Sportmagazin aus. Anzug-Level-4-Schema im Shop. Cool. Kann man jetzt wohl dann bei einem neuen Anzug aussehen. Hier, die Kaffeemaschine wundert mich. Als hätten die noch solche Kaffeemaschinen in der Zukunft, wo die doch schon um einiges weiter sind. Jetzt speichern wir aber erstmal nochmal ab. Und genau hier legen wir jetzt auch mal wieder eine kleine Spielsession-Pause ein. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Viel Spaß!